Ich war beim 1.80 Schafft er locker Ja man Und jetzt immer 2 Und jetzt immer den Kopf mit Helm Kann man entscheiden? Erstmal die Jungs noch hier aufnehmen So lange sie noch leben Alter Da war noch locker Platz Das wird mir nicht so auf die Pelle Ich denke schon, da können doch keine Kinderhände sein Da ist ja schon was großes Diese Anspielungen